So, hallo Kaiserslautern, bitte kommt ein bisschen näher. Wir werden uns mit ganz einfachen Bewegungen bewegen. Okay, der Rhythmus kommt ein bisschen lauter, bitte. Okay, und wir gehen, gehen, ja. So, ich habe vier Übungen hier ausgedacht. Und die werden wir jetzt machen. Dann, die erste Übung, wir boxen, boxen, ruhig beim Essen herkommen, wir boxen, ja, boxen, jawohl, das klappt doch schon ganz toll. Die zweite Übung, wir klatschen, wir machen es gerade hier. Bisschen näher kommt, einfach mitmachen, jawohl, wir klatschen. Die dritte Übung, wir lassen die Fäuste kreisen, kreisen, jawohl, das wunderbar. Die vierte Übung, wir boxen in die Hand, boxen, jawohl, ruhig mitmachen. Und wir gehen, wir wiederholen, auf acht, boxen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, krass machen. Eins, zwei, drei, vier, reisen, nach. Und anboxen. Noch mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nach, acht. Eins, zwei, drei, reisen. Und eins, zwei. Und wir gehen, spitzmäßig, wir bringen jetzt einen anderen Rhythmus. Rhythmus und diese Übungen. Nicht aufzütteln, mittel, Beine, hoch. Wir bringen die Arme dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nach, acht. Und wir gehen, spitzmäßig, wir machen die Übung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nach, acht, 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 acht. Und wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Die Übung erlaubt noch einen vierer Rhythmus. Wir gehen und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, vier, eins, noch mal. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, eins, noch mal. Wir gehen. Mit den Beinen. Mit den Beinen. Mit den Armen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, vier, eins, zwei, noch mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017